. Das war eine ganz klare Chance, die sie sich da mal rausgespielt haben. Oh, da gibt es ja ein paar. Das gibt zwei Minuten, aber garantiert. Hier, Achtung, ein Hightcamp ist da vorbei. Da klappert es. Raus kommt dann dieses Stoppholz. Richtungswechsel funktioniert nicht. Ach Gott, aus der Hand! Der Langflieger. Der Kitzel, du weißt nie. Geht er links, geht er rechts? Oder veralbert er dich? Oder spielt er so ein klasse Pass aus der Bedrängnis? Auf Hans Lindberg. Hier. Das ist Handballschach, was der spielt. Seit jetzt schickt Kaufmann alle nach hinten. 6-0 Abwehr von Eisenach. Aber das ist kein Problem für Gitzel. Auch der macht sein fünftes Tor. Wohl verteidigt Eisenach. Zu viel aus dem Stand bei den Berlinern. Lichtlein geht ins 1-1. So, super Pass. Und dann Marzenic. 1-1 klasse Genuss von Begon. Voll하 Tahir zusammen. Hoah, huah, huah. Oh das geht dann zu schnell. Einfach wunderschön! Ist halt ein Schritt ein Schritt zu in! So, über der Arzt am 2-1! Schön! Oh, hooo! Ho! Ho, 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 ho! Fünf für den Ebenen, Fingern zur Reise nach, sechst so muss man... Einfach perfekt gespielt. Sechs für den Rauschen! Fingern! Das ist die Spielidee von Jaros. Walz und Lichtlein, die Tänzer. Der Torschütze heißt Gitzel! Wir wollen uns nicht! 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 Nein, wir wollen uns nicht! Vielen Dank.